In Vilnius und in Litauen hat mich beeindruckt, dass sich das Gedenken vor allem an die Opfer der sowjetischen Besatzung und Deportationen der Litauer durch die Sowjets richten, aber nicht an den tausendfachen, zehntausendfachen Mord an den Juden und an die Vertreibung der Polen, die früher in Vilnius, der sehr schönen litauischen Hauptstadt lebten, die heute komplett von Litauern bevölkert wird. Gefällt mir an, dass das bevölkert. Sorry.